Um ein Standhalter zu sein, muss man eine gewisse Ruhe haben, teamfähig sein und ein bisschen ein Fachwissen mitnehmen. Ehrgeiz, technisches Verständnis und einen gewissen Biss. Ich habe mich für die BMW Group entschieden, weil die BMW-Produkte mich schon immer fasziniert haben. Ich habe ein großes Standhaltungsteam. Es sind Mechaniker dabei, es sind Elektriker dabei. Die Aufgabe des Teams ist es, diese Anlage zu pflegen und zu erwarten und den Aufbau zu unterstützen. Die Aufgaben fordern mich auf jeden Fall heraus. Es ist immer etwas Neues, meistens etwas, das man vorher noch nicht gemacht hat. Und man lernt auch jeden Tag dazu. Als Instandhalter hast du nie ausgelernt. Ich übernehme die organisatorischen Aufgaben, bin das Bindeglied zwischen Meister und Instandhalter. Meine Kernaufgaben sind unter anderem, Störungen zu beheben, Fehler zu finden und Teile austauschen. Gerade in der Instandhaltung ist es mir möglich, für die kontinuierliche Verbesserung auch der Prozesse mitzuwirken. Ein Waumoment ist, wenn man stundenlang an einer Störung steht und dann irgendwann einfach auf die Lösung kommt und die Anlage wieder weiterläuft. Als Elektroniker ist man eigentlich immer vorne dabei. Der Beruf, der wird nie aussterben. Man kann da eigentlich nichts Falsches damit machen. Ich bin stolz darauf, dass ich hierzu beitragen kann und den Schritt in die E-Mobilität mitzugestalten. BMW wird in Zukunft eine große Rolle in der Elektromobilität spielen. Vor allem Elektroantriebe sind meiner Meinung nach die Zukunft. Wenn ich auf der Straße in die I-X rumfahren sehe, weiß ich, da steckt ein E-Mutter von unserer Fertigung. Und das macht mich stolz. Was mich motiviert, ist das ständig wechseln in der Abkoppengebiet. Was mich stolz macht, ist für ein international agierendes Unternehmen zu arbeiten. Ich kann mich damit identifizieren. BMW Group als Arbeitgeber würde ich immer weiterempfehlen. Ich habe inzwischen schon viel Erfahrung in der BMW gemacht und ich bin noch nie enttäuscht worden. Das Beste an meinem Job ist es, mit vielen verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu agieren. Die Stimmung im Team und im Werk ist sehr gut. Alle sind herzlich zueinander. Es macht sehr viel Spaß. Ich bin seit 2015 bei der BMW und ich denke, dass das der beste Arbeitgeber in Deutschland ist. Ohne! ihi. młod